In den letzten Tagen sorgten sich die Wolny-Fans um Silvias Tochter Sarah Jane. Hat sie sich von ihrem Freund Tinoch getrennt? Sarah Jane Wolny – Spekulationen um Trennung von Tinoch Oh, oh, Liebeskummer bei Sarah Jane Wolny, 24. Das vermuten zumindest ihre Instagram-Follower. Eigentlich ist die Blondine schon seit einigen Jahren glücklich mit ihrem Freund Tinoch liiert. Doch die Fans vermuten, die Beziehung könnte längst Geschichte sein. Der Grund – erst kürzlich verschwanden alle gemeinsamen Pärchenbilder vom Instagram-Profil der 24-Jährigen. Oft ein Indiz dafür, dass graue Wolken am Liebeshimmel aufziehen. Zusätzlich teilte die TV-Bekanntheit nahezu zeitgleich kryptische Zeilen in ihrer Story. Die Art, wie sie dich verlassen, sagt alles, schrieb die sonst so lebensfrohe Sarah Jane. Auch wenn ihre Fans Fragen stellten, bezog die Tochter von Sylvia Wolny, 58, bislang keine Stellung zu einem möglichen Liebesaus. Sarah Jane räumt Trennungsgerücht aus dem Weg. Sollten sich Sarah Jane und Tinoch wirklich getrennt haben, dürfte die 24-Jährige momentan ziemlich alleine sein. Denn die gesamte Großfamilie Wolny urlaubt, zurzeit in ihrem Zweitwohnsitz der Türkei. Bis Sarah Jane nachreisen kann, dauert es noch einige Tage. Doch so einsam ist die Intensivpflegerin auch gar nicht, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story verrät, und damit auch gleich ein indirektes Update zu ihrem Beziehungsstatus gibt. Das Wochenende kommt mein Freund auch zu mir, erzählt sie. Die Pärchenfotos sind mittlerweile auch wieder auf ihrem Profil zu finden. Mit in die Türkei könne Tinoch aber dennoch nicht kommen. Fliege alleine, da er keinen Urlaub hat, erklärt Sarah Jane in einem QA. Sarah Jane entschied sich übrigens der Arbeit wegen in Deutschland zu bleiben, und nicht wie der Großteil ihrer Familie in die Türkei auszuwandern. Sie arbeitet als Intensivpflegerin und teilweise in 12 Stunden Schichten. Dafür hat die 24-Jährige aber öfter mal freie Tage, und kann ihre Familie besuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.